Herzlich willkommen auf dem BEG-Messestand. Ich stehe hier vor dem Klassenzimmer. Das ist ein Anwendungsbeispiel aus dem Bereich Schule. Hier möchten wir Ihnen zeigen, wie man mit einer kompakten Lösung auf Basis von DALI zum Beispiel drei Lichtbänder mit einer unterschiedlichen Intensität regeln kann, obwohl man nur ein Gerät hat und das auf Basis von einfallendem Tageslicht. Das macht man in dem Fall dadurch, dass man die Leuchten vorher adressiert und gruppiert. Also man sieht hier Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3 und das Tafellicht, was im Moment schon an ist, kann ich jetzt mal ausmachen, hat die Gruppe 4 beispielsweise. Wenn ich jetzt die Hauptbeleuchtung einschalte, sieht man hier schön, dass die Abstufung entsprechend des einfallenden Tageslichts von der rechten Seite, hier ist eine Fensterfront, realisiert werden kann, was eine zusätzliche Energieeinsparung bedeutet. Man kann durch langen Tastendruck die Beleuchtung im Klassenzimmer natürlich auch anpassen, also die Regelung überschreiben, dass man eine manuelle Steuerung hat und das Relais kann man zusätzlich zum Beispiel auch nutzen, um eine Lüftungsanlage anzusteuern, damit diese auch präsenzabhängig die Belüftungsanlage regeln kann.